Hey Loser, frohe Weihnachten! Ich habe ein Geschenk für euch. Das ist kein guter Zeitpunkt. Seht ihr nicht, dass ich einen Brief an den Weihnachtsmann schreibe? So, also Campus, die Auslosung wird uns helfen, die Paare für die diesjährige Neujahrsparty auszuwählen. Hey Camille, stell dir vor, du bekommst jetzt Mandi. Hör auf, Puzzle-Mann! Das nächste Paar ist... Das nächste Paar ist... Bald ist Neujahr, Neujahr, Neujuhu! Wupp, 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 wupp. Du bist der Beste, Dylan! Ich liebe dich, Mann! Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Einen Dummkopf denkt und die anderen denken, dass er es cool macht. Ich verstehe das nicht. Hey Verlierer, hört ihr jetzt mit diesem Unsinn auf? Ich werde Lehrer Max herholen. Warte, ich war gerade dabei, meinen Groove zu finden. Hallo? Okay, wir kommen! Leute, unsere Pizza ist schon da! Wow! So...